Was passiert mit unserer Mannschaft jetzt? Normalerweise sind meine Sorgen über das Mindset für jeden Spieler, jeden Tag. Mentalität ist alles. Wir haben viele Talent hier und viele gute Jungs. Aber unsere Mentalität für einander ist ganz ehrlich alles. Wir haben Angst für unsere zwei Stürmer, vom Speed her. Im Hintergrund ist für den Jesse natürlich auch sehr wichtig, dass wir generell schauen, wie spielen wir, wie spielt der Gegner. Ich versuche schon, das Spiel ein bisschen zu übermitteln, um was es auch im Fußball geht. Anstoß, wie immer, wie gehabt, dass jeder Bescheid weiß. Vielleicht ein gleicher Matchplan oder ein Endlich-Matchplan von Rapid. Spielverlagerung für Flankenball. Und holen wir die nächsten drei Punkte, gehen wir, Jungs! Gehen wir, Jungs! Auf wen willst du hochschieben? Ist egal. Masaya oder Taki? Wir sind da eigentlich in einem ständigen Austausch. René ist dann noch verbunden mit den Videoanalysten, die das auch noch einmal von oben sehen. Taki ist so torgefährlich vornehmlich. Wir haben ihn verstanden. André, Restverteidigung! Es sind so viele Spieler in einem Alter zwischen 18 und 22, wo es ... Das ist Japan! Das ist Japan! Das ist Japan! Weiter, 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 weiter! Und das gibt elf Meter. Wir haben gesprochen auf dem Platz. Und der wollte unbedingt schießen. Und der hat zu mir gesagt, so, deswegen, ja, okay. Aber nächstes Mal, ich schiesse, habe ich gesagt. Und das ist der Bundesligatreffer von Haaland. 3 zu 0. Salzburg, ja vorne! Ganz gut. Effort von jedem Mann. Zu null spielen, zu null spielen, zu null spielen. Okay? Gut. Wir hören nicht auf zu spielen. Wir hören nicht auf! Wir hören nicht auf! Ebenicht zu den Raubeinen der Liga. Ja, was sagen wir nicht, wer ist es? Was muss er denn noch sagen? Ich bin schon persönlicher ... Leco mio, Alter! Emotionaler Typ. Raus! Das war gut mit dem Platz. Traum und Packe. Das ist geil, du kannst dich immer super feiern lassen. Ja! 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 Das gibt den Elfmeter. Aber ja, er steht nur hinter ihm. Und das ist schon mal! Das ist schon mal los! Okay, komm! Oh! Nächste gelbe Karte, und das ist gel-rot, für Januzovic. Auf so etwas hätte ich nie gewettet. Zlatko Januzovic, dass der mal vorzeitig gehen muss. Das ist ein Skandal. Ich kann nichts machen. Ich kann die Hand nicht wechseln. Typisch, ich schwöre. Er hat nur gewartet auf das. Die vier Minuten sind vorbei und dementsprechend auch der Schlusspfiff. Bist du bewusst gegangen mit der Hand? Nein. Du hast es bei der Hand und ich habe es geholfen. Was war bei der Belehrung? Zwei Stunden haben wir gesehen. Warum sind Sie so angry? Nur für die Fans. Ich denke, es war ein Fehler zum nicht gut auswechseln. Zlatty, mit deinem Geld in deine Elfmeter. Wir haben 4-1 gewonnen. Ich nehme die Fernfahrung für diese beiden. Dann schaust du so. Oh! Patsen ist ein super Typ. Ich denke, er kann ein großes Jahr hier haben. Ich glaube, ich bin ein christlicher und ich bin ein Fußballer. Alles, was ich mache, ist für die Glorie des Herrn. Er ist ein guter Mann. Er spricht auch über die Worte von Gott. Er versucht, jemanden zu empfehlen. Ich habe auch geholfen, weil ich Schutz brauche. Patsen ist zu uns gekommen aus dem Grund, eigentlich hatten wir nur ein Videoclip. Ein Zusammenschnitt von Toren von ihm. Das ist wirklich so wie so ein YouTube-Video. Ich war mit einem Unter-17er in Zambia. Und dann habe ich das sehr gut gemacht. Und dann haben sie mir gesagt, man kann mit dem 1. Team trainieren. Wir sehen, wie man die Philosophie des 1. Team versteht. Wir hatten ihn dann gescoutet und haben ihn auf ein Probetraining eingeladen. Er war dann, ich weiß noch, ob er rausstarf, also dass er unfassbar schnell war. Das war damals schon so offensichtlich. Er ist fleißig, er ist intelligent, er ist so schnell. Ich wollte nicht sagen, okay, ich würde das machen, um diese Art der Geschwindigkeit zu haben. Ich denke, es ist nur ein Gift von Gott. Mit seinem ersten Geld, das er bekommen hat, hat er angefangen, ein Haus zu bauen. Das Haus baut er für seine Familie oder für seine Mutter, dass es ihr gut geht dort vor Ort. Hallo! Hallo! Ich bin hier für 2 Jahre, almost 3 Jahre jetzt. By that time, ich war in der Akademie. so die Educatoren sind da, sie waren sehr hilfreich für mich. Aber der größte Herausforderung, den ich hatte, war, dass ich hauptsächlich war, dass ich immer meine Familie verloren habe. Aber wie es dauert, das ist das, was ich gemacht habe. Ich bin Fußballer, und ich habe immer von einem Platz zu einem anderen geändert, also muss ich es akzeptieren. Taktischer ist in diesem Moment sehr intelligent und wichtig für unsere Mannschaft. Aber er hat auch viel Konkurrenz in diesen Positionen. Wir haben viele Talentspieler in seiner Position. Du musst nicht jemanden, um dich zu tun zu tun, um etwas zu tun zu tun. Du musst dich zu tun, weil es ist etwas, das du liebst, zu tun. So, wenn du dich zu tun hast, es wird es leichter für dich zu haben, zu übernehmen sie zu tun. Footballer ist immer das gleiche. Whether jemand spricht Chinesisch, jemand spricht French, in der Lokal Room ist eher ein Haus für uns, die wir uns mehr kennenlernen, um eine Familie zu entwickeln, um eine Familie zu entwickeln, um ein Bond zu helfen, wenn du außerhalb der Lokal Room bist. Wir haben immer in unserer Karina Jungs mit Handy. Ja, nur. Das erste nach dem Training, sie sitzen da und fahren. Es gibt hier die Regel, kein Handy in der Kabine. Es ist die Regel von Ihnen. Sie haben gesagt, okay, 30 Minuten, kein Handy. Was? Eine Minute zu viel. Wie im Gegens aushört, sehr gut. Das war es. Ja, das war es. Ja, das war es. Ja, das war es. Das war ein Klo, ey. Ja, gut. Ja, gut. Das war ein Paar Zwar und dann hat er schon aber noch mit dem Handy. Was ist bei Toni, keine Sturz, bitte? Ich bin zu schlafen gekommen, und das macht ihm hier. Ich bin zu schlafen. Wir sind schon ein anderer Gegner wie Matersburg. Das ist sicher. Das ist eine Weltklasse Mannschaft. Sie wissen noch nicht, was mit Ihnen heute passieren wird. Sie glauben das nicht, was heute passiert wird. Da spielen wir sicher. Es ist ein Unterschied zwischen Chelsea und Real Madrid. Ich denke, wir müssen vorbereiten für ein 4-1-4-1. Was ist schwieriger? Wenn wir hoch anlaufen, so wie wir unsere Anlaufprinzipien haben, müssen wir natürlich jetzt auf zwei Zehner aufpassen. In unserer To-Do-Liste ist kompaktes Pressing. Wenn wir diese Kette von Real Madrid immer vorne spielen, ist es sehr schwierig für sie. Sie sind sehr, sehr aggressiv. Das ist ein Wahnsinn. Jetzt denkst du Real Madrid einfach. Heute ist mein Comeback, mein erstes Spiel nach der Verletzung. Natürlich ein ganz besonderer Gegner, Real Madrid. Da hätte ich gesagt, es gibt keine bessere Mannschaft, um wieder ins Spiel zu kommen. Jetzt kann man sich mit den Spielern messen. Jetzt weißt du, wie weit sind wir vielleicht weg oder wie knapp sind wir eigentlich schon dran? Sladi hat gestern zu mir gesagt am Platz, ich spiele die zweite Halbzeit mit den ganzen Jungen. Ich habe gesagt, Sladi, denken wir nach, wer spielt die erste Halbzeit? Seku, Höhrling, Toni, Shobo, wie alt sind die? Ja, du hast recht. Und du spielst mit Ciarra und Patzeln, die sind älter. Ja. So, ihr nehmt sechs Köln-Level. Ja! Das gibt's ja eine Idee. Wer nimmt Schere? Das ist die Routine, das ist die Routine. Comeback nimmt Schere. Okay. Okay, Jungs, gute Arbeit. Danke, Fellas. Danke, ist gut. Ja, ich glaube, mein ganzes Leben, Fussballleben, heute ist Leal die starkste Mannschaft, glaube ich. Aber trotzdem bin ich normal, so wie in jedem Spiel, bereit. Ich glaube, dass wir gefährliche Außenseiter sind. Unser Fußball zeichnet sich einfach aus von einer Intensität, Aktivität, auch von einer hohen Mentalität der Spieler. Natürlich ist Geschwindigkeit, Tempo bei uns immer wieder mit am Plan. Und taktisch, Red Bull verfolgt jetzt über Jahre schon natürlich auch dieses extreme Pressing, dieses aktive Spiel mit Ball, gegen den Ball. Männer, ich bin sehr stolz auf alle euch, ja? Every day, we've asked you guys to commit more to each other, and you've exceeded expectations. Every day, we've asked you to train harder, to be more concentrated in training. And every training session has gotten better. Every game has gotten better, right? We've been aggressive at the right moments. We've supported each other at the right moments. We've always stuck together. I'm amazed at how much now this team has really come together in the six or seven short weeks that we've been together. Okay? So, now, our challenge against a massive gegner. Okay? Maybe the biggest name in the world. Okay? Maybe the biggest name in the world. But I think what we learned from the Chelsea game is that we belong. We belong in this game, right? We belong in this competition. And actually, when we play together, when we're tactically clear, right? When we're compact, when we're aggressive, but when we're intelligent and smart, that actually, we can be better. Together, we can actually be better. Let's see if we can be better tonight, man. Okay? Go tonie the Jetzt wollen sie zu werden. Ich habe jetzt mit Zivilia kurz gesprochen und vor allem im Bürotag. Ich werde planen, dass wir nach zwei verkaufen. Es ist ein langer Weg, aber ich glaube, das ist möglich. Wie wäre der Spieler brauchen? Das ist sicher.